ich mach mal die aufnahme aus oder heute hat er der kaufsäcker so ein meiner drin hält auf mich an ich mache ich habe das aufnahme aus der massiert wieder an ich also ich laufe an so welche direkt bei dem eckhaus mit der stelle ich sehe ich sehe sie sind raus da kommt gleich einer ich hab den zombie kaputt geschossen er wäre so dass die hier gekommen wir wissen die das wie er so um 4 aber von schule oder so glaube ich wieder ich bin auswärts in desktop und mein scheiß ecok ist komplett rund als ist ich wechselt und ich sehe gar nichts ist der typ jetzt weg vom fenster ich sehe die fenster oben eigentlich relativ gut 3 von 4 zumindest aber alter was ist da für action ich gehe mich da einmischen jetzt wo hier grad so action ist würde ich mich noch mit einmischen und da ist hendrik mit seinem kleinen grünen rucksack auf blauen t-shirts eckkneipe sehe ich gar nichts gerade von meiner folie es geht eher in richtung hafen ja bei eckkneipe war gerade jemand das habe ich auch gesehen ich bin immer noch healing alter was hat er mich getroffen ach so da im da die typen also ich vermute ja folgendes das sind noch leute wow sherlock unterwegs ich vermute aber auch ich vermute aber auch in dem hau in die noten aufwand wir reingehen wir reingehen tue ich nicht und so lange drauf warten das bin ich hell wie angeblich da zittert und zittert und zittert da 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 von der scheiderei kommt einer auf die straße zu wo du grad warst das ist hinten im hinterhof wo du hast alter und lukas wo bist denn du ist ich lauf krabbel durch ne wand grad durch hauptstraße ja links von dir lukas ja ja ich weiß schon was du meinst da hat ein cowboyhut glaube ich auf das hat kurz geleckt und hatte waffen in der hand da komisch aus wir haben viel vorher ziemlich nah bei mir ja auch ziemlich nah von mir ich glaube auch immer dass da so ein eckhaus einer hockt oder so da da war was macker kipp um ich hab einen keine ahnung ich renne weg das bist du hier ich bin in so einem metallschuppen ne keine ahnung ja ok 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 wer schießt da jetzt noch oh ich bin wie der desktop ficken was ist das denn grad hier mal schmeißt du nicht der desktop weiß ich nicht nichts scrollst du mit der maus so weit rechts und dann klickst du raus ja ich glaub das ist das ja einfach nicht hinten am hafen liegt hinten am hafen liegt hinten am hafen liegt oh die können dich abschießen aber ich weiß nicht wie weit das ist halt das geht auch genau dahinten nein was hat der typ kann ich mich ausrüsten an dem ich weiß es nicht das ist ein zweimal hinten an dem großen Stein wo wir den typ leulich abgeschossen haben ja ich weiß was du meinst ne Waffe hatte er auf jeden Fall Henrik aber der hatte glaube ich nicht wirklich viel mehr die geht in Richtung die geht in Richtung Elektro runter ich geh jetzt hier ins dreistöckige und versuch da zum Hafen zu gucken das ist echt das ist Ultraschneiderei oder hier dieses Dings da rumstehen ja und da hab ich auch den einen erschossen der grad weggerannt ist der ist von da weggerannt und wollte ja weiß ich nicht wo der hin wollte schule oder so genau der älter Typ am hafen war voll equipt mit dem Mosin und Login würde ich sagen und der andere hatte so einen ähm so einen selbst gebastelten Rucksack hm aber auch Wasser ich hör wie ihn stöhnen ich hör wie ihn stöhnen ich mein du könntest ja hinrennen gucken was der hat der Henrik ich hab keinen Plan ne ich hab nur ne Maus und ich kann nicht mehr so krasse Markkampaction machen oh warte mach sieh übelst den Küsse oh Gott ich muss niesen Henrik Kuhi ganz schnell mach mal schnell Kuhi Kuhi da ich seh einen mit Cowboyhut ja das ist der den ich gesehen hab Cowboyhut hab ich ich hab auch wen getötet glaub ich ich weiß wo nicht ob der nochmal aufsteht der ist durch die Wand gequitscht oh ich bin mir nicht sicher ob ich da grad wen getötet hab oder nicht ich hab den voll getroffen ich weiß noch nicht ob der nochmal aufsteht ja bei mir ist es sind ich hab fünf Schüsse ungefähr abgefeiert und mindestens zwei sind ins Fenster gegangen ich weiß nicht ob ich ihn getroffen bin ich geh dir jetzt grad Hammer nach ran ich mach grad Hammer-Eck äh offensiv wo gehst du da ran? in den Hinterhof der Ghetto-Häuser ach so ach so dort hinten ne du er meint diese drei Stöckchen hier ach das die ja die hat Henrik mal Ghetto-Häuser genut das ist nicht meine ja wenn wir das nochmal Ghetto-Camperei hatten also wenn das Ghetto-Häuser sind was sind dann die Hochhäuser bitte? ja das ist das Ghetto das sind Hochhäuser ne wei ich glaub der steht nicht nochmal auf hoff ich zumindest das nicht boah der Zombie hier oh fuck obwohl da hör ich wie ein Stöhnen vielleicht ja ich hab auch wie ein oh 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 gehör ich weiß nicht ob ich das checken gehen soll weil wo der hockt ist super die offene Bimbo-Position sag mir sonst wo ich hab jetzt ne Käppi auf ja das ist auf dem Weg zum Hafen da ist doch so ein Haus ein gelbes Haus ich glaub das ist das Haus wo ich immer drin gelegen hab weißt du mit der Veranda ja 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 ich weiß was du meinst genau da liegt der an der Veranda ich seh dieses gelbe aus ich bin in einem so Balkon grad grad drin ja und da ist ein Holzzaun direkt an der Veranda dran das schließt bündig ans Haus ab und da liegt der neben du hast da durch den Zaun gefallen dann ist ihn abgeschossen aber ich glaub der ist tot der ist bis jetzt nicht aufgestanden aber selbst wenn er noch lebt dann hat er halt Glück Pianohaus ist jetzt eh ruhig oder? jetzt ist grad ja alles ruhig ja oh bin ich erschrocken wenn du hier ganz ruhig im Gebüsch da liegst und auf einmal kommt eine Katze an deinen Fuß so ganz bin nochmal in Höhe gegangen keine Ahnung schick immer noch hinten und kann das alles relativ gut einsehen zumindest so die vordere Seite ja das was wir hier du siehst gar nichts von uns hier von euch sehe ich gar nichts aber ich kann halt schön spähen weißt du? naja klar keine Ahnung was wir jetzt machen sollen wo dann? wo dann? wo dann? wo sind wir uns denn eine M4 schabern? der Cowboy Typ hatte glaub ich keinen M4 den ich nicht weggeschossen und den Lukas hat weggeschossen? keine Ahnung was Lukas sagen ich weiß es nicht der hatte irgendeine Waffe ich hab ihn einfach umgebollert wo liegt denn der? der liegt da auch da in dieser Gasse wo der Cowboy Hannes liegt der Cowboy Hannes liegt mitten auf dem offenen Feld so im Moment liegt in keiner Gasse ja der warte ich renne da jetzt einfach hin keinen Plan dann komm ich jetzt auch in den Hinterhof den hab ich abgeschossen den hier der vorne das ist auch ein Cowboy Hannes ich weiß nicht ob du den schwarzer Cowboy ne meine hat einen grünen und der hat eine M4 und irgendwas hier in der Hand ja weiter rechts da vorne liegt meine ja das hier ist mein Cowboy das ist ein echter Cowboy Typ das ist mein Cowboy und ich geh noch nach dem anderen Cowboy kommen ansonsten heilen die Cowboys gleich oh der hatte der hatte nen guten Rucksack oh der der hatte gut Zeug der hatte richtig gut Zeug das hat sich gelohnt zu dem nochmal hin zu suchen ja das reicht doch ey wie sich das schwule Gras immer wieder aufstellen hier vor mir hier liegt noch was vor der Schneiderei Loot mehreres mit Hunting Pack alles ich will da grad nicht unbedingt viel näher rangehen Henrik aber auch Long Range und hier stöhnt es auch kräftig na ich mach jetzt auch einen auf Cowboy ich hab jetzt nen Cowboy gut an hast du gehört Henrik was ich grad gesagt hab ja so halt die Schneiderei davor wo ich hier grad am Busch rumgammel da liegt wer hinter der Mauer direkt vor der Tür ja ja da ist auch übrigens die Action gewesen vor der Schneiderei ja und es stöhnt hier noch einer ooooh ooooh na hör uns den jetzt noch oder was da komm ich jetzt wieder mit vor der wieviel Munition da lädt wer nach da lädt wer nach ich splitte gerade ne da lädt wer nach ja ich wollt's nur was sagen splittet wer nach ja ich wollt's nur was sagen und was macht wir ooooh komm mal hier zum Schneiderei oder auch Henrik ok ich komm mal über die Straße wo bist du denn nun ja ich bin auf dem Eingang der anderen Seite also auf der die zum Hof geht ah da ich seh nicht ja hier vor mir liegt halt die Leiche jetzt wo ich bin soll ich zu dem Eingang gehen soll ich zur Schneiderei zum anderen ja zum anderen auf die andere Seite geh auf die andere Seite zur Schneiderei gehen oder bei dir jetzt den Schlitz meinst du soll ich mit runterkommen die andere Seite es gibt zwei Türen von diesem scheiß Ding ach so ja dann muss ich hier auf der Hauptstraße dann glauben das ist gefährlich ja und dann müssen wir gleich losgehen Gas geben dann geh ich auf die andere Seite komm du auf meine schnell soll ich mit runterkommen musst du doch wissen Henrik soll nochmal Gas geben jetzt hier komm hierher da ist ein Bambi ja hallo der wird hier liegt halt Equip überall ne ich weiß nicht hier auch hier hinter lag auch Equip da liegt ein Typ der hat sich ein Holzschläger gelaunt ja ich geh auf die andere Seite der Tür jetzt der rennt hier noch rum Henrik pass auf der entzielt auf irgendwen oh Gott ich komm ich komm ich komm der kommt auf der anderen Seite rum Alter ich hab ihn voll getroffen Aua er hat mich tot geschossen ich hab ihn aber auch tot ich hab ihn auch tot du bist tot? ja wir haben uns im Nahkampf beide gegenseitig getötet ich tu mir leid ja nicht schlimm passiert oh der der da ist wer drin in der Schneiderei der guckt grad runter meinst du im Pianohaus? eh ja natürlich ich komm jetzt hier das Torschneiderei Pianohaus genau dazwischen wow wer schieß da? ich schieß da hoch der Spasti ich hab ihn glaub ich fast erwischt kannst hierher kommen also im Pianohaus Raum ist es grad selbst hmmm was ist das hier? oh Standbild geh doch ehhh was ist das hier? wo bist du? direkt an der Tür die offen ist auf dem Hinteringang oh Gott er guckt runter pass auf ich sag er guckt runter warte von der anderen Seite kann man rein wie kann denn der wie guckt runter? ja man kann da ich kann nein ich kann da auch runter gucken du kannst da schon die Treppe von hier aus beobachten so gesehen ah ich weiß wo ich bin relativ in der Nähe oder? ich bin mir nicht hundert pro doch 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 es sind mehrere es sind mehrere es sind mehrere es sind mindestens zwei noch ja ja jaja ich habe schon mal gewonnen die hat mir mal angerannt Bambi läuft rein ja auf Bambi wird geschossen Da wollte er an seine Leiche gehen, hat er aber auch eine Waffe auf dem Helm. Kommt rum, Achtung. Jetzt ist hier jemand. Yum, 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 yum. Gott, ich hoffe, ich glaube richtig. Lukas, wo bist du? Ich bin im Pianohaus. Ist du unten drin? Ja, im Erdgeschoss. Ich beobachte die Treppe. Beobachte mal die Treppe. Die schießen ja auf Hendricks Leiche irgendwie. Ich weiß nicht, wie das gehen soll eigentlich. Ich liege doch draußen. Ja, die schießen direkt von oben raus irgendwie. Ich liege doch aber... Liege ich vor dem Eingang? Nein, liegst du nicht. Ich verstehe gerade nicht, wie du dich schießt. Verstehe auch, ich verstehe auch nie. Ich verstehe auch nie, was einmal nicht. Die schließen aber da an die Füße zumindest. Ja, ich weiß, aber ich verstehe es trotzdem. Soll ich da mal hochgucken jetzt oder nicht? Was sagt ihr? Das sind zwei. Das musst du wissen. Oh, an der Tür hat jemand direkt ein Zombie weggeschossen. Ja, ich weiß, ich weiß. Er guckt, er steht auf der Treppe. Ich weiß, wo er ist. Es steht links neben mir einer, Alter. Was ist das denn? Ich hab die übelste Kackpose hier. Dann setz dich auf eine neue, eine gute. Es kommt Bambi angelogen. Bambi, lass rein. Ich kann da nicht hoch. Ich muss auch weg. Ich muss weg zumindest. Das könnte vergessen. Bambi läuft in die Scheiderei. Bambi läuft in die Scheiderei. Boah, noch zwei, drei Minuten, bis ich da bin. What the matter in the world redet. Ich was redet, der Kett. Bambi, hab ich verscheucht? Was quatscht denn dieser Typ? Ich sag immer, wie das Bein läuft da oben. Und dann redet der irgendwas mit What the matter in the world? Keine Ahnung, was da ist. And nothing has been us! Ich bin da gerade eben schon die halbe Treppe hochgelatscht. Ich konnte dann keinen sehen, bin lieber runtergegangen. Da hab ich Schiss bekommen, muss ich sagen. Ja, chill dann da unten. Ich komm mal nicht vorbei. Komm doch mal hier hinter, auf die Rückseite von dem Piano aus. Sonst würden Sie uns hier bitte den Arsch decken. Ja, deck mal da, wo ich reingegangen bin, bitte. Die decken ja eh automatisch. Die decken die Tür schon. Ja, Beresino seh ich schon. Hier ist der Bambi in der Schneiderei. Der guckt die ganze Zeit her und wartet auf einen guten Moment, Lukas. Komm mal mit sich her raus jetzt. Warten. Okay, dann geh ich kurz, mach ich das schnell. Geh Ausgang raus, Schneiderei. Fucker, go away! So, warte. Ich bin hier. Ja, ich hab keinen Bock, dass sie hier runterkommen. Ich will die Treppe in sich haben. Was ist denn das? Das kannst du noch ein anderer, Alter, oder? Ja, das sind wieder die oben. Ey, das sind mindestens drei, sag ich sogar. Ja, das sind drei verschiedene Stimmen bis jetzt. Ich bin gleich da. Ich will die immer verstehen, aber die reden kacke. SK ist von Schule. Hab ich auch schon gehört. Oder näher. Oh ne, SK ist von ganz nah hier, Lukas. Oh, hier kommt wer runter, da ist wer runtergekommen. Ist er tot, oder du tot? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, warte, warte, warte. Alter, 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 wieso hat er mich getroffen? Ich, mein Bein ist gebrochen, ich krabbel raus, nein, ich krabbel raus. Ich krabbel weg. Komm hier rum, komm hier rum. Ich krabbel, ich krabbel, ich krabbel, ich krabbel. Er hat halt hammerbeschissen durch die Kacke da geguckt. Bei mir hat's wieder voll, da nur eingeschlagen, hammerbehindert. So, erstmal. Boah, wir müssen hier weg erstmal, wir müssen dann hier weg erstmal. Ja, warte, du zwei Sekunden, ich bin doch gleich da. Hast du nur Fien? Ja, ja. Geh näher zur Hauswand, geh näher zur Hauswand. Ich bandage mich grad, leider, ja, das war dumm. Ich halte jetzt hier genau auf die Türe an, ne? Ja, ja. Das ist halt wieder so geil, dass ich ihn null getroffen habe. Ja, aber das SKS-Zeug ist deutlich, das ist entfernt von euch, das ist gar nicht neuer. Hendrik, hier, schlaf weg hier, Alter, die sind die dritten im Haus. Ja, ja, ich will ja auch nur noch da. Hier hinten an die Hinterhaus liegen zwei Gierleichen rum. Ich will da meine Leiche, da war perfektes Zeug. Das sah total scheiß aus grad, Lukas. Du guckst deine zwei Hände so an, und dann, boah, Schuss gesetzt. Kann ich an meine Leiche gehen, ohne zu stemmen? Ja, kannst du. Okay. Ist das die hinten? Das ist die hier, wo ich hier bin. Achso, ich hab die andere Leiche auf der Tür gemeint, vor uns mit schießen da hinten. Ja, deswegen hab ich ja gemeint, das kann gar nicht sein. Ja, 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 ja. Schießen die um die Ecken? Ich hab die hinten nicht gesehen. Hast du bitte nicht zugehört, weil ich hab gesagt, ich setz mir auch ein Kaa- Oh Gott, hier ist der ja gelangt gelaufen. Was war das? Wir müssen dann... Achso, oh Gott, war ein Zombie. Aber Zombie läuft Richtung Eckhaus. Wir müssen auch flüchten dann Richtung Schneiderei hinten, weil hier hinten halten die aus dem Fenster raus, wo da der Eingang ist. Pass da ja auf Hendrik, wenn du da langläufst, wenn du von der Ketteleite kommst. Ich komm jetzt rotes Tor, Boah, ich komm jetzt rotes Tor rein. Die können das nicht sehen, da. Die können nur die, die, äh, die Türtreppe sehen, so gesehen. Ach, die Tür aufhauen, die Tür aufhauen, die Tür aufhauen, die Tür aufhauen, die Tür aufhauen. Da ist es nicht, die Türtreppe, das ist ja Schwachsinn, die, die, die... Ja, ich lauf anders, der will die scheiß Tür nicht öffnen. Ich komm jetzt da rein, wo ich... Oh, der, 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 komm ich da aber vorbei? Ja, komm. Naja, der, kommst, der, die halten genau auf den Eingang an, ja. Oh, dann muss ich diese scheiß rote Tür aufhauen. Du musst durch die Schneiderei gehen. Noch ein Stück weiter Richtung Police Station, Mann. Am Kuschelbusch da rein. Hier kann er drin vorbeigehen, hier ist alles gut. Ja, hier, ja, da hinten bist du doch. Und in die Richtung müssen wir auch wieder flüchten, ne, weil es hat keinen Sinn. Das sind, wie gesagt, mindestens drei Leute da oben. Und die schießen so beschissen durch die kackten Mini-Treppen, da, da sind so kleine Lücken, wo sie alles durchschießen. Da wünschte ich mir wieder Granaten, bitte. Das Spiel soll Granaten. Hallo. Pristine. Lade es in die Mausen. Warum nicht? Die Mausen vielleicht beschädigt. Pristine. Das ist auch Pristine hier. Dann ist es dein Lektion. Aber wie die Hölle? Ah, jetzt. Ja, ich lauf jetzt so groß. Ich lauf jetzt so groß. Alter, 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 Alter! Hier ist wer drin! Ah, hier ist wer drin! Da, links, links, in den Raum, links, in den Raum! Vorsicht, Vorsicht! Du rennst voll rein! Ja, da rennt er raus! Fucker! Wieso stoppt er nicht? Jetzt! Alter, der hat so... Es ist so ultra-legig. Ich hab ihn auch schon mehrmals getroffen. Ey, der war auch schon lange tot! Und dann trifft er mich! Bist du tot, oder was? Nee, ich muss mich spenden jetzt schon und hab ne Faktoren. Alter, was ist hier los? Was ist denn das für ne Scheiße? Ich war da auf der anderen Seite. Ich bin auf der anderen Seite gegangen. Warte, Jack Pulse, der lebt noch. Ich komm rein. WTF? Ich hab den, der stand genau neben mir, schießt ihn voll an! Der ist eigentlich schon tot aus der Nähe. Der dreht sich um, schießt ihn und fällt hin. Das ist total dumm! Ja, ich suche. Will wer was von ihm noch? Ich hab mir grad den Green Hoodie genehmigt. Ich hab mir nur einen Mose-Ammoge zu holen, lieber Gerber. Alter, wenn man schon nicht mal mehr nachladen kann, dann ist der Server echt richtig im Arsch. Da hat jemand draußen... Da redet wer. Da hat draußen wer gelabert. Ich muss mir schnell noch mein Beinbruch heilen. Haltet an, in dem wir dann... Some of the arm was too badly damaged, deswegen, oder was? Er hat halt vier Schuss rein. Nichts egal. Komm, jetzt injektet ihr das Scheißzeug. Ey, das ist der mich... Das ist so total Banane! Ich bin überhaupt geflüchtet worden. Dann steht da wer drin, ey. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, ey. Ich schwelle, ich schwelle. Ach, schuld, der war genau so überraschend. Genau, fuck, fuck, fuck. Der kommt direkt auf mich zu. Ich kann wieder laufen. Hey, die Anzeigen sind einfach total buggy zwischen Pristine und nicht Pristine. Scheide, willst du hier noch einen großen Rucksack, Hendrik? Was? Ich habe einen. Dann heile ich den jetzt und dann go, 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 go. So, der ist weg. Ich renne jetzt weiter. Irgendwas ich noch gebrauchen könnte, ist ein Longwindscope. Da habe ich glaube ich noch... Ja, habe ich eins. Ja, dann drauf geschissen, go, go, weg. Ich muss da mal einer bitte Seeling geben, weil ich renne jetzt hier oben in den hohen Wald, da in das rote Haus da und da loge ich mich auf. Wo seid ihr jetzt hier? Seid ihr Kuschelbusch weitergelaufen oder rennt ihr jetzt irgendwo? Nein, nein. Hoch schon. Wir sind hier, äh, Hochhäuser da, hochgegeben. Wir gehenst durchs Bauerngebiet hoch. Wir sind die mit dem Zombie am Arsch. Ey, der trifft, dass der mich da noch trifft. Das ist so anwiel, Alter. Der hat es vorhin, Henrik, sehen soll, im Mili-Kampf mit der Mosin als Mosin-Tüfe. Also, ich stehe neben denen, ja, schieße den in die Fresse rein. Der Blut fängt an, so wird zu bluten, läuft weiter, dreht sich zu mir, schießt und dann fällt er um, ist tot. Naja. Und ich umtreffe mich aber nochmal. Naja. Und ich habe von euch nicht nochmal getroffen. Das ist total Banane. So, wir sind jetzt hier an der Sniper-Ecke. Hochhäuser. Weiß ich, wo du bist, Henrik? Ja, ich bin jetzt hier Sniper-Hilder, die Sniper-Bäume. Ja, die sind mir da auch. Ja? Das geht dich aber nicht. Egal, ich gehe jetzt direkt weiter hier hoch. Haben wir Aufnahme-Bände schonmal hier, oder? Ja, können wir ausmachen.